Wann geht's denn los? Wann geht's denn los? Wann geht's denn los? Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Arquagüero und heute haben wir eigentlich den Plan gemacht, ihr seht schon da, da höppt die Wahnsinnig rum. Wir wollen heute mal die Unterwasserhöhle erforschen und ja, die anderen haben einen Frosch, heute bin ich leistet, ich hab einen Molch. Machst den eh kaputt, deswegen kriegst du nichts teures. Ja, irgendwie sind nach unten die Frösche ausgegangen und deswegen, ja, musste ich mir so einen hier holen. Ja, er sieht auch ein bisschen dämlich aus. Na gut. Welchen Eingang wollen wir nehmen? Keine Ahnung, ich kenn nur zwei. Das reicht. Komm mal, Alter, was ist denn heute schon wieder los? Komm her, hier. Komm her, Agitavis. Komm her. Alter. Also heute ist wieder was los, ja. Ja, geht wirklich gut los. Gut, der ist nicht beladen. Wo ist mein... Ach, da unten ist mein Bolch. Komm mal mit. Kann er wieder nicht greifen. Leck mich am Arsch, ey. Guck mal. Ach, eure Agis. MC McFurzi. Eure Agis kacken aber auch wahnsinnig, ey. Ja, Anton kackt mir hier auch schon die ganze Zeit. Jetzt kackt der Frosch auch noch mir auf den Kopf. Ach, hier vorne den, muss man aber weiter links rum, ne? Nein, nicht hier. Du willst hinten den Großen. Also den Großen weiß ich, wo es lang geht. Also hier links. An der Insel. Achso, ungut. Geradeaus da hinten. Also über den Berg drüber, den kenne ich. Solange rechnen meine Ostauer nicht, sag ich euch gleich. Ich habe hier den noch nicht gelevelten Archie. Du machst doch solche Sachen. Ja, meiner ist ja nicht da. Die alle anderen, meine Flugtiere. Wo sind sie denn alle? Ich weiß es nicht. Die sind weg, tot. Keine Ahnung. Vielleicht hat Fossi sie verkauft. Ich weiß es nicht. Das ist genau wie deine Eier. Ich meine deine hier. Deine Tiere. Ja, danke. Die da irgendwo mitten in der Luft auf einmal schweben. Da denkst du, hä, wo kommen die denn her? Der Fisch ist wahnsinnig, der will an Land. Ja, das nennt man Evolution, Mensch. Ich habe einen Lungenfisch. Wo ist denn jetzt mein? Ach da. Ich hab's falsch gelesen. Wozu braucht man so ein Gehege? Äh. Ich war es vorgenommen, ne? Okay. Vielleicht spielt er einfach nur riesiges, äh, Bowling. Ich weiß ja nicht. Tier Bowling. Wenn da hinten eine Pinguine hingestellt, dann wird mit Kanonen drauf geschossen. Der macht Krabi nur zweitwerfen. Hahaha. Ach, Mann. Das dauert immer so lange alles. Muss er Autofliegen anmachen. Können wir nicht unserem Admin Bescheid sagen, dass er uns da hin portet? Ja, unter Wasser am besten gleich. Ja, gleich unten hin. Da müssen wir den Weg nicht laufen. Und die Zuschauer müssen mein Gehörsammel nicht ertragen. Ach, guck mal, da ist ein Alpha-Tusot heute. Hahaha. Oh, ich muss wieder landen, Alter. Das geht ja nicht klar hier. Warum krieg ich nicht mal die kaputten Tiere? Von hier aus kommen wir ja gleich schwimmen. Weitest du auch wieder nicht. So, Freunde, wir sind angekommen. Ich zeige euch auch gleich die Koordinaten. Muss man uns kurz prüfen. Ey, die Tauchermaske brauchst du doch eigentlich nie, oder? Also, ich meine, die aus Gesichtern, die Brille. Siehst du doch viel weiter unter Wasser. Ach, das sind die paar Millimeter da. Äh, gut. Du folgst mir wunderbar. Komm mal mit ins Wasser. Äh, achso, die Koordinaten wollte ich euch zeigen. Sonst rasten wieder alle aus. Grafikfehler, okay. Äh, 64, 3. Äh, 74, 3. Komm, Wollchen. Du bist ein ganz feiler. Du bist pottenhässlich, aber irgendwie bist du auch süß. Ja, ja, auch nicht. So, komm. Alles gut. Komm, komm. Du musst grad lauschen. Du kennst grad nichts. Hä, wo ist denn... Bleib doch mal hier! Wer ist denn der Name hält? Ach, das ist schön. Das hab ich irgendwie voll vermisst. Er schwimmt um mich rum. So. Reiten. Komm, drifft da. Auf geht's. Achso, ich hätte vielleicht die Tauchermaske mal anziehen sollen, oder? Ja, wäre eine Idee. Wäre hilfreich. Ich kann so weit sehen. Alles gut? Alter, ist das laut. Ja, mit der Tauchermaske kannst du schön... Ja, ich find's auch ganz schön laut. Das ist sehr unangenehm. Oh, richtig laut. Guck mal. Hä? Kann man das doch leise stellen? Lautstärke, Effekte... Alter, ich bin fast auf dem Muld bei Effekte. Alter! Meine Umgebungs-Lautstärke. Umgebungs-Lautstärke. Ich höre über das Headset. Dann höre ich euch nicht mehr. Ey, ich hab alles ausgemacht. Ich hab den ganzen Ton ausgestellt. Du hörst nur das Unterwasser-Zeug. Sehr gut. Hä? Was ist denn das schon wieder? Arg, willst du mich verarschen? Äh, ja... Ja, liebe Zuschauer, jetzt, äh... Man kann die anderen zwar nicht hören, aber das ist erstmal egal. Die haben eh nicht zu melden. Wir können ja noch viel lauter reden. So, ich hab jetzt komplett... Party-Audio voll hochgedreht. Und es ist immer noch bockenlaut. Keine Ahnung, was das ist. Arg will heute wieder... Äh, Jungs, wotest ihr mal? Ach, du guckst schon mit. Auf, auf was denn? Nee, ich dachte, die, äh... Du kommst doch nicht deswegen. Du erscheinst dann nicht. Ich bin erschienen. Liebe Zuschauer, wenn ihr wisst, was Argwede für ein Problem hat mit, äh... Lautstärke, schreitst über die Computare. Es ist dann leider ein bisschen spät. Ja, ist... Das dann ist wirklich mal das. Oh, gucke. Hier gibt's Tiere? Was? Ich hab hier einmal ein Stück runtergeguckt. Da war nicht ein einziges Fieder gewesen. Aber wirklich gar nichts. Ich muss erstmal ein bisschen zusammenbleiben. Nicht, dass wir... Weil hier unten... Wir haben uns, denke ich, mal schnell verhogen. Also der Gang geht immer nur geradeaus, ja? Ja, aber dann nach dem Gang kommt ja dann ein ziemlich großes Areal. Oh, ich muss mal ganz kurz hier meinen Molch ein bisschen tunen. Wenn wir Glück haben, kommt's hier vorne dann direkt ein Alphamoser. Nee, glaub's nicht. Scheiße. Was? Und ein Hai. Ach, guck mal. Ich schwimme hier unten drumrum, wenn's hier Haie gibt. Mit einer perfekten Frosch. Na, was tun die denn? Kommt, kommt jetzt einfach. Achso, ich seh das so weit weg. Ah, da guck mal, wie viele. Wo seid denn ihr? Ja, wir brauchen ewig, wo das ein Bazzi. Da ist noch ein Bazzi. Du weißt, wieso sind hier glätzt wie Bazzi du musst auf einen Haufen? Wir sind mehrere. Also wir sehen uns hinterguckst, dass noch einer. Oh, da ist ein... Boah, scheiße. Oh, nicht sittlich. Ja, Fischis. Hallo. Ja, durch Steinfisch. Ja, er ist ein Steinfisch. Er ist ein Steinfisch. Mach was mal auf, komm. So, ich muss ja immer auf euch warten, ne? Oh, alter, ist der laut, wenn du da dran vorbeischwimmst. Du hast auch die Kacke-Tang, ne? Hättet ihr euch mal einen Molch besorgt, dann würdet ihr viel besser dastehen. Das sehen wir erst mal noch, wenn's dann hier richtig zur Sache geht. Dann bin ich trotzdem schnell herabhauen. Ja, das stimmt leider. Ich lass den Molch, äh, den Frosch dauernd schwimmen selber, ne? Ich mach Autoschwimmen an. Ja, der Frosch hat das nicht. Der ist arschlangsam. Wer wollte noch mal mit Fröschen hier runter? Georg. Ja, von wegen. Ich hab den Frosch. So, ich hab jetzt mal die Maske aufgesetzt und ich seh da noch weniger als vorher. Ja, dann soll ich jetzt mal zum Augenarzt gehen. Die Weitsicht geht verloren, dafür hast du so'n fetten Rand. Oh, jetzt sind wir in der Höhle drin, kurzer Rucklauch. Und noch so'n fettes Vieh, äh, und noch ein paar, sag mal, wie viel Basilosaurier gibt's denn hier? Warum teilen wir uns nicht so ein? Ja, mach doch. Ja, jetzt nicht später. Also, eigentlich wahrscheinlich gar nicht, weil nochmal geh ich eh nicht hier runter. Warum nicht? Weiß nicht, hier ist nix. Na doch, da sind Haie, ich seh zwei. Ja, aber was ist außer diesen Tieren hier unten? Weiß nicht, deswegen gucken wir uns das doch an, Mini-Fozzi. Ja, ich glaub, wenn hier irgendwas Interessantes mehr, wären alle schon froh und hier unten gewesen. Ja, wir sind der Fieder! Hallo, ich kenne Flipper. Ist das ein Verwandter von dir? Alter, seid ihr ja endlich. So. Pick dich. Wollen wir erst mal links lang, oder? Mal kurz gucken hier. So, wenn jetzt hier unten irgendwo ein Schild steht, ne, dann wundere ich mich. Wir waren hier. Ey, wer hat zwei dumm ein Gedanke, ey. Oh, da ist ein Alpha-Hei. Ah, da ist ein Alpha-Hei. Oh ja. Da ist ein Alpha-Hei. Ja, wäre ja blöd, wenn die hier genau vor den Eingang einen Alpha-Tier setzen würden. Alpha-Mosa, sagt ich. Ja, da können wir links dran vorbeischwimmen. Der ist gerade anderweitig fixiert. Ja, ja, der ist mir hinterher, aber ich bin ein kleines bisschen zu schnell für ihn. Oh! Hier gibt's ein bisschen Öl. Oh, das ist ein Tuso! Uh! Fuck, echt jetzt? Ja, aber kein Alpha. Ist doch scheiße geil. Er holt uns trotzdem von den Tieren runter. Also, er ist sowieso hinter mir her, also. Wie lange... Also, noch keine 20 Sekunden in dieser Scheißhöhle und ich hab schon tausend Sachen gesehen, die mich töten wollen. Also, ich bin ganz links lang, da geht's nochmal einmal unten durch. Ich würde mir zu denken geben. Was? Ich hab mir hier folge, bei dir ist alles hinterher. Ja, ich folge Georg, wenn der nur noch schreit, aua, aua, dann dreh ich direkt wieder hoch. Oh, hier geht's ja noch, hier geht's ja noch tiefer runter. Was ist denn hier? Dort leuchtet was grün ist, ne, da will ich nicht runter, das ist bestimmt Radioaktion. Ah, scheiß. Alter, bist du lieber hinter mir? Wer hat ihn heute eingeloggt? Verpischt dich von mir! Nein! Du, ja? Du bist meine Lebensversicherung! Wer ist hinter euch? Wer verpischt euch? Nein, ich bleibe hinter dir! Wo seid ihr denn? Nein, der ist hinter Anton her. Achso, na gut, Anton, drehen wir nach links ab. Ach, da seid ihr! Warte, ich komm zu euch. Es sieht übrigens sehr lustig aus. Ich hab das mal in den Haie. Es sieht übrigens sehr lustig aus. Oh, da ist der Tuse teures! Da ist der Tuse teures! Oh, hier kommt 50.000 Haie, Alter. Wer kann noch auf die Dä? Alter, guckt ihr das an? Hilfe! Ich will nicht mehr! Liebe Zuschauer, vor der Folge, ne, wurde ich ausgedacht, weil ich mit einer Molche runter will. Ja. Du hast dich selbst ausgedacht. Nein. Da warst du ja noch gar nicht da. Da willst du wirklich mit Molch? Ja. Ja, das hab ich gesagt. Siehst du? Ich hab's immer noch für ne Scheiß-Idee. Also ich hab hier keine Probleme. Ich weiß nicht, was es mit eurer Quarkviecher da macht. Ich hab mich leider aus den Augen verloren. Ich bin immer links an der Wand. Ich bin eigentlich an der gleichen Stelle. Nur ne, ich hab immer noch den Alpha hinter mir. Das ist irgendwie uncool. Der geht auch nicht weg. Ist auch ziemlich leer hier unten, finde ich. Ja, also es gibt zwar geile Baustellen, wenn du Tech hättest, aber... Ja, was nützt dir das? Das ist hier unten bis jetzt noch kein Metall, gar nichts. Na, Öl hast du hier. Wow. Kann ich neuerdings Gebäude aus Öl bauen? Plastik! Jawoll, wir bauen Plastik hier, Beute. Ja, aber echt, hier ist nix los. Gar nichts. Weil so viel Plastik mehr braucht man dafür, nicht mal Öl. Oh, da ist noch ein Alpha Hai. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Ich hab da schon jemanden von dir dabei. Oh, ich werd ja von allen verfolgt. Huh. Die hab ich ja gar nicht mitgekriegt jetzt. Junge, Junge. Aber richtig noch gerade so geschalten hier. Hier wird's nicht leer. Ja, ist ziemlich scheißig, Junge. Ja, es ist, äh... Ja. Gibt's hier denn ein Artefakt, Höhlen-Tropps, irgendwas Interessantes? Äh, bestimmt, oder? Ich weiß es nicht. Man weiß, dass der Unterwasser immer so gibt's die Loot-Krater-Dingers. Aber außer ein bisschen Öl hab ich jetzt hier wirklich tatsächlich noch absolut gar nichts gesehen. Nö. Ich glaub, ich hab den zweiten Ausgang gefunden. Oder? Ist er das? Ist er das? Wenn du dich jetzt verbisst, während du mir hier die ganzen Scheiß-Viecher hinter mir herstellst, dann hast du raus. Dann sterb ich jetzt hier. Dann ist mir das Vieh scheißegal. Ich schwimm doch schon wieder runter, ich schwimm doch schon wieder runter, ich such euch mal. Keine Ahnung, hier ist ein... Oh, da kommt ein Pläsio. Ach, guck mal, da ist doch ein Georg. Hallo, Georg. Ah, da bist du. Schade, dass ich das ganze Lustige jetzt verpasse. Hau ab mit den Viechern von uns, ey. Ich hab euch da mal was mitgebracht. Wenn ich nur wüsste, wo ihr seid. Du? Hab doch mal das. Ah, verzieh dich, ich war so ein Scheiß. Äh, hier gings doch mal eine Etage tiefer runter, da sind wir gerade. Er saugt zu mir zu schwimmen, ey. Nein, Georg, ihr könnt doch was stehen. Erstmal lock ich Haie zu euch an, ey. Noch mehr Haie? Ja, noch mehr. Ja, bin jetzt einmal komplett rumgeschwommen. Boahs. Also das ist auch wieder so eine Region, wo ich direkt auf tippen würde. Konnten sie nicht fertig machen. Ja. Das will ich gleich noch anmerken, liebe Zuschauer. Wir meckern ja nicht über den Ersteller der Map, sondern wirklich über diese Firma diese Map zur Verfügung stellt und nicht mal die Modder zu Ende machen lassen hat. Oder zumindest viel rausgenommen. Bleiben die... Ja. Bleiben ihre Linien ja alle treu, ne? Bleiben ihre... Irgendwas gut fertig ist auf dem Markt mehr. Ja. Hauptsache... Die Leute fallen komplett weg. Oh, es spielt kaum noch jemand. Komm, wir ballern eine neue Karte hinterher. Läuft. Läuft. Hören wir danach in Aberration-Bereich, das ist auch nichts los. Doch, du hast doch nicht in Kommentare gelesen, oder? Das sind Weaver Kings und Rockdrake-Eier sind da hinten in der Wand. Rockdrake-Eier sind auf der ganzen Karte nicht, weil sie nicht eingefügt werden durften. Es gibt auch keine Weaver Kings, aber laut Kommentar gibt's die da hinten. Ja. In der Mod gibt's die ja. Also die unabhängige Mods. Ja, in der PC-Mod gibt's alle Tiere. Da gibt's die Rockdrakes hier, da gibt's die Reaper... Griffins. Griffins. Griffins gibt's da auch in der Mod. Aber hier in der offiziellen halt nicht, weil sonst wären die anderen Maps ja für Wildcard irrelevant. Richtig. Ja, zum Beispiel, wenn wir hier... Also, wie gesagt, wurde ja... Auf Aberration sind die Rockdrakes. Wenn jetzt hier Rockdrakes wären, dann würde sich ja keiner mehr Aberration kaufen. Ja, wenn du hier... Du kannst auch über die Befehle auf dem Server einfach Rockdrakes einfügen. Also, das ist ja auch nicht das Problem. Also... Ja, vor allen Dingen ist die Logik doch für den Arsch. Ich bringe doch kein neues Spiel raus oder eine neue Karte. Lass dann die Hälfte der Sache wegschießen mit uns eigene Bein. Und... Das muss doch auch mal was rausbringen, was die Leute animiert weiter zu spielen. Ja, das ist... So, Freunde, bin jetzt auf dem Weg zurück. Das war bestimmt die spannendste Folge ever. Wir haben... Ja... Ehrlich gesagt, ich bin gerade ein wenig demotiviert und enttäuscht. Sehe ich schon wieder die Kommentare. Oh, das ist doch so eine schöne Karte. Ja... Meines Weges, ja, schön ist sie ja, ne? Sieht doch schön aus. Ja. Aber... Du hast einfach nichts zu tun. Nichts Neues. Zumindest... Alles, was man tut, hat man schon irgendwie mal gemacht. Sehr oft. Jetzt wird's noch Nacht. Ja, ich mag's gerade. Ja, Freunde. Ich hoffe, das wird überhaupt ein Video. Wenn... Ja, dann seht ihr es ja gerade. Aber... Ja, das war die Unterwasserhöhle. Wenn ja, dann seht ihr es ja gerade. Ja. Wenn ihr noch... Lacht ein Like da, wenn... Ja, lasst ein Like da. Wenn ihr irgendwelche besonderen Wünsche habt, was man hier noch macht, machen kann... Ähm... Oder... Ja, was man machen kann, was ich noch nicht auf meinen Kanal gemacht habe, dann schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Was anderes als Arc spielen? Zähmt ja einen Kano. Nein. Ich werde mir... Keinen... Kano zähmen. Wer habe ich gezähmt gehabt? Wer... Habe ich mich überreden lassen? Aber Kano... Nein. Hast du auf jeden Fall noch nicht gemacht. Will ich nicht machen. Dann fällt mir gerade ein, gibt's hier auf dieser... Karte nicht irgendwie zwei spezielle, äh... Golems? Ja, den Eis-Kolem und noch irgendeinen... Ja, das ist aber auch nichts anderes, wie ein normaler Golem, bloß noch eine andere Farbe hat. Ach, jetzt machst du doch nicht gleich wieder Kano. Nimmst du Kanone, schießt du drauf auf Kopf und hast ihn. Kanone haben wir noch. Du, sie hat jetzt seine Krabbe immer noch nicht geholt. Hehehehe. Hehehehe. Also in dieser Folge Krabbe holen. Echt? Müssen wir echt noch eine Folge machen? Hehehehe. 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 So, Leute. Ich bin jetzt wieder in der Base, habe die Taucherflasche immer noch auf. Warum weiß ich nicht. Jetzt mal ab. Dankeschön. Gut. Folgenpause. Wenn ihr Ideen habt, was man noch machen kann, schaut bitte erst die anderen Videos, damit ihr seht, was ich schon gemacht habe. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao. Tschüss. Bye, bye. Ciao, ciao. Ah, tschüss.